Musik Oh, ey, zehn Mann, hohes Toten, Mannes Kissen, äh, boah, was stinkt da denn, Drollflein-Höhle. Oh, da kommt einer, kommt noch einer. Ach nee, da geh' ich doch nicht. Oh, da kann doch nicht mehr einer. Hallo, Klaus, was machst du denn hier in der Drollflein-Höhle? Hallo, Erwin, lange nicht gesehen, guck mal, mit meinem Bein, das ist doch die letzte Scheiße. Ich wollte gucken auch, genau wie du. Ja, ich wollte auch gucken hier, ja. Das ist ja unglaublich, ne? Ja, 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 da klingt ja nicht. Datholomiten! Nein, wie heißt die nochmal, Termiten oder so? Ach so. Die hängen da vorne in der Decke und hat mich noch bekloppt. Ja, du bist ja ganz schön belesen. Ja, ich habe auch einen belegenen Kurs in der Volkshochschule. Bitte, ich habe nicht verstanden. Warum lacht ihr jetzt? Naja, ist egal. Ja, ach, vor zur Schule. Ja, an sich haben sie doch gerade gelacht. Ja, welches Zimmer? Was? Zimmer 14? Nee, ich habe gefragt, welches Zimmer. Ja, Zimmer 14, sage ich. Ach, Zimmer 14. Ja, Zimmer 14. Ja, war ich noch nicht drin. Ja, aber... Nee, tschüss. Wie, warum denn so abrupt? Ja, nee, ach, ja, habe ich aber jetzt keine Lust mehr. Wieso denn? Nein. Nein, nein, da habe ich nicht mit zu tun. Nein, nein, da ist auch nur ein komischer Tun. Nein, du brauchst auch gar nicht, nein. Gar nicht. Ja, bleib doch hier. Ja, Familie habe ich auch nicht. Ja, was soll das denn? Ja, bleib doch hier. Erwin! Bleib hier! Lass mich hier nicht alleine, der Traumsteinhöhle! Hallo! Oh, wie kommt bald wer da auf mich heraue? Ich kann nicht mehr. Das stimmt ja, vielleicht morsch. Naja, vielleicht singen. Oh, Ratzenglo. Ratzenglo. Nee, das ist so. Da kann man immer wieder, um sich nicht einsam zu fühlen. Dreizehn Mann aufs Tod, Mann. Vielen Dank.